Angeschnallt und aufgepasst! Heute umfangreiche News, frisch zusammengetragen, viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, dass diese Woche ein paar mehr Meldungen kommen werden. Das liegt ganz einfach daran, dass ich letzte Woche ein paar Sachen aufgespart habe. Jetzt einige Meldungen auch eingetrudelt sind bezüglich Neuheiten, die jetzt nach und nach angekündigt werden. Das werden viele Spiele auch sein, die auf der Nürnberger Spielwarenmesse zu sehen sein werden. Und ja, da wissen wir allerdings noch nicht, wer und ob wir vor Ort sein werden. Aber jetzt erstmal zu den nächsten Videos. Da haben wir morgen erstmal das Grimmie-Dinner, das wir veranstaltet haben zum Abschluss des letzten Jahres und mein Review dazu. Am Sonntag gibt es ein neues Speed-Dating mit der Frage Hot or Not von Dennis und mir, frisch diese Woche gedreht. Und am Montag ist dann Dennis dran mit seinem Aufgetischt. Ja, aktuell einiges in Arbeit. Verschiedene Regelvideos, verschiedene Format-Ideen, die wir am Diskutieren, Probieren sind. Also wir sind da fleißig am Werkeln und hoffen euch auch sehr vieles in den nächsten Wochen bieten zu können. Auch sehr viele Krimi-Spiele, die Dennis am Drehen ist, was er und Gwen gespielt haben. Wir kommen zum Bereich aus der Szene. Und im Bereich der Szene haben wir die Mind-Preisträger zum Mind-Spiele-Preis. Und das ist im Bereich Zwei-Personen-Spiel, Splendor-Duell, im Bereich kurze Spieldauer Akropolis und im Bereich komplexe Spiele Carnegie. Glückwunsch an die Preisträger. Ich habe euch das auch nochmal verlinkt, wer da in die vergangenen Jahre schauen will, welche Spiele da entsprechend den Preis gewonnen haben. Den Mind- von Mensa in Deutschland e.V. Spielepreis gibt es bereits seit 2010. Ja, dann gehen wir weiter im Bereich aus der Szene mit dem nächsten Preisträger. Und das ist das Spiel Würfelhelden von Richard Garfield. Das erhält den Generationenspielpreis vom Spielecafé der Generationen. Dieser Preis wird ja gemeinsam verliehen von mehreren, die damit beteiligt sind. Unter anderem im Beratungsgremium der Alibaba Spieleklub e.V., das Deutsche Spielearchiv, Brettspielakademie, Institut für Ludologie, Sächsisches Institut für Spiel und mit dabei die Meeple Queen. Und das jetzt frisch ausgezeichnet worden. Dann haben wir eine Ankündigung, da hat der Basti mich kontaktiert und hat gemeint, das wäre doch ein News-Beitrag. Und zwar veranstaltet er die Boardgame.digital, ein virtuelles Brettspielwochenende vom 23. bis 25. Februar. Und die kostenfreie Anmeldung ist auf Boardgame.digital möglich. Was ihr dafür haben müsst, kann ich euch direkt mal vorlesen. Das ist Discord plus Headset, Webcam nicht nötig. Spielen kann man prinzipiell auf jedem Endgerät. Natürlich abhängig davon, ob es funktioniert. Tablet oder Laptop ist durchaus sinnvoller. Es wird für verschiedene Spieleplattformen möglich sein. Teilweise braucht man einen kostenpflichtigen Account. Die angebotenen Spielerunden werden auf Boardgame Arena, allerdings ohne Premium-Account nutzbar sein. Ja, Boardgame digital für alle, die auch gerne online spielen. Ich bin ja auch immer mal wieder auf Boardgame Arena unterwegs und spiele das ein oder andere Spiel. Teilweise auch zu Rezensionszwecken. Auch mal mit Dennis zusammen online. Das ist auch immer mal wieder ein netter Ausgleich und kann dann auch mal rundenbasiert was über ein paar Tage spielen. Jetzt gehen wir in den Bereich der Crowdfunding-Spiele. Und da ist Dennis wie immer für euch unterwegs gewesen und zeigt uns jetzt, was es da Neues gibt. Viel Spaß. Kommen wir zu den Crowdfunding-News und jetzt geht es um Omerta The Five Families. Ja, ihr seid die Mafia in New York City und versucht natürlich, der Beste zu sein, der Allergrößte, der Mafioso des Jahres. Nein, aber zwei bis fünf Spieler ab 14 Jahren um die 90 Minuten geht das Ganze. Und hier haben wir Area Control und Action, wie heißt das, High Stakes, Game of Power steht hier dabei. Ja, hier sehen wir, wie das Ganze geht. Ihr plant eure Aktionen, versucht die Territorien hier für euch zu bestimmen, um dann natürlich ein paar, naja, Schmiergelder ranzukriegen und natürlich eure Gegner auszuschalten. Ja, da seht ihr alles Mögliche, was dabei ist. Ihr habt eine Standard-Edition, die hier mit normalen Standies vorangeht. Dann gibt es aber natürlich auch eine Miniatur-Version. Und das Ganze wird von Vesuvius Media Ltd. ins Leben gebracht und ihr seid schon mit einem Pledge von 46 Euro mit dabei. Im Oktober 2024 soll es ausgeliefert werden. Die Sprache ist allerdings nur Englisch. Sie arbeiten daran aber an einer deutschen Übersetzung, Französisch glaube ich auch für das Regelheft. Aber das ist nur, wie gesagt, eine englische Version im Allgemeinen. Ja, Versandkosten liegen bei 16 bis 19 Dollar und im Oktober 2024 soll das Ganze dann ausgeliefert werden. Zeit habt ihr bis zum 27. Januar für Omerta. Kabuto Sumo bekommt eine Fortsetzung, und zwar Sakura Slam heißt das Ganze. Das ist sozusagen ein, ja, Standalone-Sequel. Aber es gibt hier noch eine Swarm-Expansion mit dazu und Board Game Tables steht hier immer noch. Allplay eigentlich. Ja, die bringen hier das Spiel, das jetzt quasi eine neue quadratische Area hat mit einem beweglichen, ja, Modul hier, sag ich mal. Sogar mit Eckpfeilern, an denen man entlang huschen kann. Acht neue Wrestler sind dabei. Oder halt, ja, Kämpfer. Und, ja, das sehe ich hier gleich so ein bisschen. Genau, hier sieht man diese Ecken, an denen das runtergeschoben werden kann. Das hier ist beweglich und so weiter und so fort. Wer Kabuto Sumo kennt, der kann das hier natürlich unterstützen. Und mit den weiteren acht Wrestlern mit neuen Fähigkeiten habt ihr natürlich über 20 Wrestler-Wands, glaube ich, die dann machbar sind, um das Ganze zu kombinieren. Ja, ihr habt verschiedene Pledge-Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze für 36 Euro schon erhalten, mit der Erweiterung dann noch mit 50 Euro. Im Juli 2024 soll es dann ausgeliefert werden. Die Versandkosten liegen bei 9 Dollar. Und das Spiel ist nach wie vor englisch. Geht bis zum 2. Februar Kabuto Sumo Sakura Slam. Die Kultisten sind wieder uns. Es gibt einen Reprint von Among Cultists. Ja, Godot Games bringt auch eine Deluxe-Expansion mit dazu und noch etwas anderes. 4 bis 8 Spieler nach wie vor, 45 Minuten oder bis 90 Minuten ab 14 Jahren. Und hier sieht man so ein bisschen, ich habe mir gedacht, das ist so ein Wikinger-Schiff, aber das ist eigentlich das Zeichen von Among Cultists. Und hier sieht man auch schon so ein paar Sachen mit dabei, was hier drin ist. Mountains of Chaos, Dawn into the Abyss, Under the Surface und Your Party in the Game. Dazu zeige ich euch gleich was. Optional könnt ihr aber auch hier ein Human Punishment in einer etwas freundlicheren Artwork mit dazu bestellen. Für 15 Euro. Ist vielleicht was, wenn ihr nicht dieses brutale Ich-Töte-Den-und-Den haben wollt mit euren Kids. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier das Standardzeug natürlich. Und hier sieht man ein bisschen was von den neuen Sachen. Ja, hier auf jeden Fall. Und Under the Surface, was ich lustig finde, ist hier, dass ihr eure eigenen Fotos auf das Spielmaterial machen könnt. So könnt ihr euch selbst in das Spiel mit reinbringen. Auf jeden Fall eine witzige Idee. Ihr seid hier mit der Returning Evil New Stuff für 28 Euro auf jeden Fall schon mit dabei. Das Ganze liegt dann von den Versandkosten her zwischen 7 und 12 Euro. Und im September 2024 soll es dann ausgeliefert werden. Ja, Zeit habt ihr bis zum 16. Februar, Moncaltis, Erweiterungen und so weiter zu unterstützen. Kommen wir nun zu GameFound. Hier sieht man einige Sachen, die aktuell noch aktiv sind und natürlich auch bald kommen werden. Bei der Macht von Greyskull. Greyskull, ich habe die... Ja, okay. Hier haben wir Masters of the Universe, the board game Clash for Eternia. Ja, come on, hat hier ein bis fünf Spieler ab 60 Minuten oder 60 Minuten Spielzeit ab 14 Jahren. So rum wollte ich sagen. Endlich die Möglichkeit, now shipping worldwide. Ihr kriegt das Ganze also in Deutsch, Englisch und Französisch. Und ihr habt das ganze Masters of the Universe gedöhnt sozusagen auf einem Schlag. Ja, Gameplay Exclusive Editions hier 159 Euro, aber da geht noch mehr. Hier habt ihr sozusagen, ähm, wo haben wir es denn hier? Ein kompetitives One vs. Many oder voll kooperativ Action-Driven Board Game. Bei dem natürlich die Guten, die Bösen spielt. Ihr habt hier alle mit dabei, ne? Die He-Man-Fraktion, natürlich Skeletor und seine Bösen Schergen. Und was es da nicht alles gibt, da könnt ihr euch mal durchforsten. Da gibt es ja jede Menge Pledge-Level bis zu 445 Dollar. Also, da kann man ganz schön geldlos werden, aber so ist es ja immer. Ihr habt hier Versandkosten zwischen 22 und 46 Dollar. Und das Ganze soll dann im November 24 ungefähr erscheinen. Zeit habt ihr bis zum 1. Februar Masters of the Universe zu unterstützen. Always look on the bright side of life. Okay, ja, hier haben wir Monty Python and the Holy Grail Board Game. Ja, das ist von Dynamite Entertainment. Und, ähm, ja, diesmal sind wir bei Becker Kid. Bei der Spieleschmiede gibt es leider aktuell zu dem Zeitpunkt nichts Neues. Aber das haben wir jetzt. Zwei bis fünf Spieler ab 14 Jahren, 40 bis 60 Minuten. Ja, ihr erkundet natürlich die Welt des Films. Ja, da habt ihr hier, nie, 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 ähm, ja, den dunklen, äh, nicht dunklen, schwarzen Ritter. Und, ähm, ja, natürlich ein Katapult, das die Kuh wirft. Ja, wer den Film kennt, das ist ja schon ein alberner Klassiker von, äh, der Monty Python Crew. Der kann hier wieder ein, ja, simples, aber lustiges Spiel wahrscheinlich entdecken, bei dem es hier so ein Element gibt, äh, wie man den Kampf irgendwie machen kann gegen den Gott, äh, mit einem Kartensystem. Natürlich verliert der schwarze Ritter, ähm, Körperteile und so weiter und so fort. Und natürlich das Kuh-Katapult darf hier nicht fehlen. Also, albern wie der Film auf jeden Fall. Wer sich das mal anschauen möchte, kann das tun. Hier sieht man auch schon mal die, ähm, Versandkosten, die allerdings hier bei 49 Dollar liegen, ne. Also, ähm, da kann man dann natürlich schauen, ob man das machen will. Backit, was haben wir denn hier? Ich hab jetzt gar nicht gesehen, was da hier für eine, ähm, ja, da haben wir es. 50 Dollar kostet das Spiel. Und, ähm, Zeit habt ihr, bis zum 8.2. das Ganze zu unterstützen. Und im Juli 24 soll es dann erscheinen. Ich würde sagen, ab jetzt gehen wir zurück zu dir, Benni. Ja, nun wie jede Woche der Blick in den Spiel Traum Shop. Da haben wir acht neue, ähm, ja, Neuigkeiten, die eingetrudelt sind. Dreimal Sword & Sorcery-Erweiterungen, die alten Chroniken, ähm, und zudem noch Sword & Sorcery-Mythen aus der Arena. Dann das Roll & Ride zu Grand Austria Hotel mit dem Titel Hochsaison. Taco, Katze, Pizza, Junior. Das ist doch eigentlich Taco, Käse, Ziege, Pizza, irgendwas. Egal, das Box-Insert für Earth und D&D, paar, äh, Pundelever und End Below. So, das zu den Neuheiten aus dem Spiel Traum Shop. Ja, im Bereich der Ankündigungen gibt es diese Woche wirklich, wirklich viel. Und ich muss das jetzt alles hier ein bisschen zusammensuchen, weil ich das in ganz, ganz vielen E-Mails nämlich habe. Zum einen starten wir mit dem Spiel, das Verlag. Der Spiel, das Verlag wird das Spiel Mist Wind auf Deutsch bringen. Und es wird den Titel Nebelwind tragen. Es ist ein Kennerspiel und es wird in der zweiten Jahreshälfte dann erscheinen mit einem UVP von 90 Euro. Ja, wir sind Leiter, Leiterinnen von Handelsunternehmen, bauen Netzwerke auf, erfüllen die Anforderungen einzelner Nationen. Dazu müssen Transportwale trainiert werden, um Personen oder Ressourcen für den Ausbau der Außenposten zu sammeln. Ja, und das Spiel wurde von den Autoren Adrian Adamescu und Daryl Andrews, die unter anderem Sagrada oder Dice Theme Park designed haben, entwickelt. Ist für ein bis fünf Spielerinnen und Spieler ab 14 Jahren und hat eine Spielzeit von circa 75 Minuten. Dann habe ich hier die Frühjahrsneuheiten von Schmidtspiele für euch. Da gibt es eine große Übersicht, die werfe ich euch hier direkt einfach mal auf den Bildschirm. Für ein bis vier Personen ein Roll-and-Push-Spiel geht noch was. Kniffel 7, ein Würfelspiel für zwei bis vier Spielende. Dann Luminos, ein Plättchen-Legespiel für zwei bis vier Personen. Und MFG, ein Partie- und Kommunikationsspiel für zwei bis sechs Spielende. Alle Spiele sind ab 8. Dann kommt ein semi-kooperatives Spiel im Herr-der-Ringe-Universum, sowie Quacksalber-Duell, also ein Spiel im Quacksalber-Universe für zwei. Tell Me More, ein Erzählspiel für Gruppen. Und im Bereich Kinderspiele werde ich jetzt nicht drauf eingehen und auch die Kinder-Lizenz-Spiele werde ich jetzt nicht extra nennen. Ihr habt es hier gesehen, dass die Spiele bei Schmid. Kommen wir zu den Neuheiten von Game Factory. Im Bereich Kinderspiel für zwei bis vier Kinder die magischen Schlüssel von Arno Steinwender und Markus Slavicek. Ein zauberhaftes Kinderspiel ab 6. Dann das verrückte Haus, ein turbulenter Bauspaß von zwei Seiten. Da kommt es wohl auf die Perspektive an. Ist von Inka und Markus Brandt für zwei bis sechs Spielende ab 8 Jahren mit 30 Minuten Spielzeit. Das Knochenstarke-Geschicklichkeitsspiel mit dem Titel Mixosaurus ist ein cleveres, knochenstarkes Familienspiel für zwei bis vier Personen ab 7 Jahren mit 20 Minuten Spielzeit, bei dem es um Geschicklichkeit und Taktik geht. Und das Ganze ist von Charles Chavallier. Schatz der Drachen, ein spannendes, feuriges Memo-Spiel mit einem Twist für zwei bis fünf Kids ab 5 mit nur 15 Minuten Spielzeit. Ja, bei diesem Memo-Spiel merken sich die Kinder, wo die Schätze versteckt sind und wird ein Schatz gefunden, kann man aufhören in der Hoffnung oder aber weitermachen in der Hoffnung, eine noch größere Belohnung, weitere Blättchen umzudrehen. Doch dabei ist Vorsicht geboten. Ab März dann im Handel. Im Bereich der Familienspiele sind wir dann mit Surm Barcelona in einem 2 bis 6 Personenspiel ab 8 Jahren und 30 Minuten Spielzeit in Barcelona. Planung und Flexibilität sind hier entscheidend. Ab März wird es im Handel sein. Und auch ab März finito. Ein packendes Kartenspiel für alle. Zwei bis sechs Spielende und von Brian S. Spence und Jared J. Donner und Michael S. Steher. Ein Kartenspiel ab 8 Jahren mit 25 Minuten Spielzeit, das wohl für Spannung und Emotionen am Spieltisch sorgen soll und etwas zumutige Spieler werden wohl das Spiel beenden und das soll für Schadenfreude sorgen. Naja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ebenfalls anschauen kann man sich die kleinen Metalldosenspiele von Game Factory. Die sind meistens außergewöhnlich. So bestimmt auch schräge Vögel. Zwei bis fünf Spielende, ein fieses Kartenspiel ab 8 Jahren in der Minidose mit kurzer Regel 15 Minuten Spielzeit und wohl hohem Spielwert. Von Michael Menzel ist es illustriert und von Jack Decknern ist das designt. Dieses wird ab April dann im Handel verfügbar sein. Bei Korea Board Games werden einige Spiele kommen. Zum Beispiel Butterfly Garden, ein Spiel von Rainer Knizia. Des weiteren Coffee Rush, das ist von Eugin Han, Piece of Cake. Es sieht schon mal sehr einladend aus. Des weiteren Give Me The Treasure bei Kaku. La Cita bei Gerd Fenchel. Ich bin gerade am überlegen, ob das nur eine Neuauflage ist. Da muss ich mal im Detail drauf schauen. Und dann noch Sakura Duell von Baka Fire sowie The Piggyback Brigade von Alex Randolph und Ward the Bug von Silvergroon und Jethro. Das die Spiele von Korea Board Game und diese werden wohl dann auch in Nürnberg zu sehen sein. Und zwar in Halle 10.1 Stand C08 für alle, die die Prototypen anschauen wollen und in Nürnberg unterwegs sind. Dann noch die Pressemeldung von Board Game Circus für das neue Jahr. Da haben wir Shake That City. Das kommt in Q1. Das Spiel mit dem spaßigen Schüttelmechanismus, das im Englischen von AEG herausgekommen ist. Zum zweiten Tüftelmonster. Ein einfaches und lustiges Spiel für jedes Alter, bei dem wir schreckliche Monster erbauen. Ebenfalls in Q1. Ryotsen oder Ryosen, ein Mix aus Worker Placement und Area Control, bei der wir die Gunst des Phönix erlangen wollen, erfolgt dann in Q2. In Q2 oder Q3 dann endlich das Spiel Lost Lights. Ich glaube, das ist schon einige Male angekündigt und verschoben worden. Ein Area Control Spiel für zwei, bei dem es um einen tierischen Wettkampf geht. Ja, das die Ankündigung von Board Game Circus. Zusätzlich gesellen sich da jetzt noch Ankündigungen, zum Beispiel von Ravensburger Chronicles of Light Darkness Falls. Ein Spiel mit Disney-Thematik, das für bis zu vier Personen ab acht Jahren ausgelegt ist, bei dem man in die Rolle von bekannten Disney-Helden und Heldinnen schlüpft und Disney-Bösewichte in die Flucht schlägt. Ja, zu den Spielbahn-Charakteren gehören Belle, Violet, Vajana und Maid Marian. Und obwohl noch nicht viel über das Gameplay bekannt ist, denn es hat es letzte Woche auch schon in den Schnipseln, ist bekannt, dass es in der USA ab dem 7. Juli wohl für 30 Dollar erhältlich ist. Und zwei Wochen später soll es dann auch im Handel sein. Es ist aber noch nicht bekannt, ob es eine deutsche Lokalisierung dazu geben wird. Man kann da aber drauf hoffen, weil die meisten Ravensburger Spiele mit wenigen Ausnahmen, die erst in Englisch herauskamen, haben dann auch eine deutsche Version bekommen. Ja, Dennis hatte ja vor einiger Zeit ein Review gemacht und ein Video zu Torscliffe oder Schlacht um Torscliffe und da wird dieses Jahr eine Erweiterung kommen und diese wird am 1. Februar dann auf Kickstarter gehen. Ich gehe davon aus, Dennis wird dann da nochmal von berichten. Zu Dune Imperium wird das Spiel Dune Krieg um Arrakis erscheinen. Das ist ein, ja, Expertenspiel im Dune Universe, ist für ein bis vier Personen, ist bei Simon auf Englisch erschienen und wird nun bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Spielzeit ist mit circa zwei Stunden angegeben und gehobener Komplexität das Ganze. Als Veröffentlichungszeitraum wird Juni 24 angegeben. Zeitgleich soll auch eine Erweiterung erscheinen. Teilweise kann man es wohl schon vorbestellen. Hierbei handelt es sich um ein Area-Control-Spiel, bei dem es darum geht, die Fraktionen und deren Fähigkeiten clever einzusetzen und die eigenen Siegbedingungen zu erfüllen, um den Sieg davonzutragen. Und das natürlich auch besonders interessant für Dune-Fans. Ja, einiges an Meldungen, ich habe es ja schon gesagt. Und jetzt kommen wir aber noch zu den Schnipseln und die hat Dennis für euch. Viel Spaß mit den Zusammengekehrten. Kommen wir zu den Schnipseln und da haben wir ein weiteres Fallout-Spiel, das sozusagen als Standalone-Game ein Nachfolger sozusagen zu Fallout Wasteland Warfare aus 2018 ist. Ja, und das ist Nuka World, nennt sich das. Und ja, natürlich mit 32mm-Scale-Miniaturen und so weiter und so fort wird hier alles mit drin sein. Hier sehen wir die Schule der magischen Tiere, wieder ein Spiel von Cosmos, das 2024 kommen soll. Timeline haben wir schon mal so ein bisschen beschrieben. Das ist auch ein bekanntes Spiel, nämlich Korridor, was aber jetzt in Pac-Man-Outfit ist. Und hier unten Monty Python, davon haben wir es ja gerade. Dann haben wir hier ein Hamster-Roll. Es sieht auf jeden Fall wie ein Geschicklichkeitsspiel aus. Sehr witzig und sehr groß, wie ich finde, oder zumindest aus der Perspektive sieht es so aus. Dann haben wir Run, Run, Run von Bruno Catalan oder Bruno Catalan von The Flying Games. Released in 2021 eigentlich. Gleichmals wird wahrscheinlich jetzt hier eine neue Version bekommen im ägyptischen, ja, Art-Style auf jeden Fall. Five Minutes into the Game, so sieht das dann auf jeden Fall aus. Indigo von Ravensburger ist jetzt neu und zwar Butterfly Garden wird es heißen. Rainer Knizias Indigo sozusagen. Ja, bekommt jetzt hier von Korean Board Game, Korea Board Games, eine neue Version. Dann haben wir unten noch La Citta, was auch noch von den Leuten ist. Und das kam das erste Mal wohl bei Cosmos im Jahre 2000 raus. Und das jetzt hier in einer neuen Version. Hier sieht man so ein bisschen einen Vergleich von Reif für die Insel versus Balloon Pop. Man sieht hier auf jeden Fall so ein bisschen was von den beiden Spielen. Wer sich das genauer angucken möchte, kann dieses Video hier bei Board Game Geek schauen. Zwei Sachen haben wir noch. Build a Bower Bird Nest. Ja, Operation Barclay haben wir hier. Salt and Pepper Games bringt das Ganze. Dann haben wir noch ein bisschen was über eben Bower, was ein Zweispielerspiel ist von Cranio Creations in Kombination, was dann im Jahre, ähm, dieses Jahr, im zweiten Quartal herauskommen soll. Dann haben wir hier noch Balconia von Paul Schulz und Red Cat Games. Ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ähm, dann hier noch Children of the Sun von Sam Kennedy und Jupiter Valley Studios. Ähm, auf jeden Fall sieht das auch sehr schön aus. Ein Duellspiel, ähm, mit, ähm, ja, der Roll, ihr übernehmt die Rolle eines Meso-American-inspired Deities, Crafting a Fantastic World, also in dem man eine wunderschöne Welt bastelt. Und das sieht ein bisschen abstrakt aus, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das mal dazu. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Meldung, die vielleicht mehr oder weniger interessant ist. Goliath, oder Goliath hat Funko Games und Prospero Hall gekauft. Ein bisschen schade finde ich hier das Update, was man hier steht, dass die, ähm, äh, ein Mitarbeiter von Funko gesagt hat, dass noch niemand, ähm, bei Prospero Hall Development Team eine Position bei Goliath angeboten bekommen hat. Ja, da werden vielleicht wieder Stellen gestrichen, man weiß es nie, so eine Übernahme ist immer ein bisschen, na, hat immer so ein Geschmäckle. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchlesen, was da so passiert ist. Aber das war es nun mit den Schnipseln, wieder zurück zu dir, Benni. Ja, heute etwas längere News. Trotz allem danke fürs Einschalten, fürs Kommentieren und Abonnieren. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und, äh, ja, jetzt folgt erstmal das Wochenende. Was kommt denn bei euch Schönes auf den Tisch? Lasst es uns gerne wissen und schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten gibt es, wie immer, hier zwei Empfehlungen von uns für euch. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Schaut euch gerne in unsere anderen Videos rein und bis demnächst. Tschüss.